Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt ist gepiepel Paket Nummer 1, gesichert Dann fehlt nur noch eins Verarsch mit dem Okay Das ist Händler, ich weiß nicht, dass ich da noch klettern So, ich höre wieder so ein... ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt wird spannend Also gleich, wenn ich drinnen Ich hab mir schon gedacht, dass es hier oben ist Ich hab das letzte und noch... Okay, wo muss ich hin? Da muss ich hin Gut gemacht Und jetzt gib bitte Gas und bringen Sie schnell hierher Okay Allerdings weiß ich nicht, wo ich hin muss Allerdings weiß ich nicht, wo ich hin muss Ich mach mal was, ich fahre einfach von der Einbruch Das ist wie wieder so eine komische Einbruch dort um den Berg Ich hab das geschafft, wenn man ihn klettern kann Nein, muss ich nicht warten und die pakete vielen dank wir werden sie sinnvoll einsetzen soll ich nicht das haben alle bescheid sagen nicht nötig wir schicken eine kodierte nachricht raus ich kann nicht riskieren dass die meldung abgefangen wird danke für deine hilfe es sind ja auch punkte für mich so wir haben hier alles her und ich werde nach schadler fahren weiter anbieter ist kann ich kurz sie noch zeug verkaufen kann ich hier noch zeugs nachfüllen anzahl aufladen so wie ein neuer aufnahmetag und wir hatten ja auf der karte so ziemlich alles aufgedeckt und jetzt müsste ich mit der mieter sprechen die sich irgendwo in nur das behausung befindet beziehungsweise bei nur das behausung diesen komischen glaubst du dass das zeug dazu in der arena zu kämpfen genau arena heißt das zeug aber wo ist jetzt am mieter ist sie hier drin hallo steckst du dich dahinter ich hatte ja schon alles ne ok aber über mir unter mir links rechts hin und her her wo ist nichts hier gehe ich weg hier oben komm ich da hoch komm ich hoch komm ich hoch komm ich hoch hab ich eine andere sprache eingestellt Kritzig. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergiss C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich hab einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Juma. Okay, ja. Danke, dass du mir so freundlich die Tür beheißt. Mehr Schlüssel nach Norden. Das heißt, wenn ich das durchgespielt habe, kriege ich mehr Sachen, die ich freischalten kann. Und zwar Gesundheit. Hier ist noch was zu jagen. Und ich brauche einen Wagen. Fahrzeug kriege ich ja bestimmt gleich und dann geht's ab ins Nirgendwo. Da ist ein Wagen. Und meine Waffe. Ja. Alles wieder da. Und ich gehe noch kurz auf die Karte und sage... Da muss ich hin. So, ich trage übrigens dieses Hemd, weil das aus dem ersten Teil von Far Cry ist. Das hat übrigens keiner nach gefragt. Und das war ein schöner Crash, den ich absichtlich nicht aufgleiten habe. Weil die auf mich geschossen haben. Okay. Dann kommen wir doch zum... Wesentlichen. Die lassen dich lockern, ne? Ups, Schweinchen. Warum auch immer ich jetzt aus dem Auto gestrungen bin? Wo bist du denn, Dale? Es ist ein Hinterhalt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Und dafür macht der so einen Aufschluss. Da hat der Schwein kaputtgefahren. Bist du wohl? Nee, es war ein Hock. Geh mal, ich bin Gärtner. Ups, 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 ups. Ein Hocker! Ja, wirst du wohl... Ich suchen soll es ihn. Halt um! Also, damit die Leute hier wieder durchfahren können. Gut, ich, ähm, sollte hier... Hi. Hi. Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Konvoi aus dem Südwesten? Wo ist der im Südwesten? Er muss jeden Moment eintreffen. Viel Glück. Danke. Da kommt er. Wunder, ich hab auch... Das kommt schon mal gut. Ganz unauffällig. Schön, dass ich ihn jetzt erst sehe. Hätte ich da so schlimm auf die Straße lenken können. Okay, der Tankleister wurde zerstört. Dann kann ich doch bestimmt jetzt noch mal machen mit diesem wunderbaren Trick, den sie da vorbereitet haben. Ja, okay. Oder auch nicht. Muss ich den jetzt nicht zerstören, sondern nur verfolgen? Die Tabellen übernehmen langsam das ganze Land. Okay. Okay. Gail steckt hinter den Angriffen auf die Außenposten. 10.000 Rupien für den, der ihn stoppt. Was ist das? Kommt aus und sucht! Siehst auf alles, was ich will. Wann bin ich denn noch so ruhig? Ja! Ja! Okay, alle down. Und ich übernehme den Tag, Laster. Auf 14 ist zunächst Belohnung. Ja, schön. Oh, man hätte ja auch reinschleichen können. Schneeleopard. Die Einheimischen erzählen von einem Willenschnee-Leoparden in der Gegend. Und der Kommandant der Armee sagte, er habe allein im letzten Jahr elf Menschen getötet. Die Shandoth-Wilderer konnten nicht einmal seine Spur des Tieres finden. Ich glaube, sie liegen alle falsch. Es deutet alles darauf hin, dass das Tier ein weißer Königstier ist und kein Schneeleopard. Vielleicht kann ich die Amerikaner überzeugen, ihn als echte Kostprobe der Tierwelt von Kyrath auf ihren Film aufzunehmen. Die nächsten Fähigkeiten mache ich aber erst, wenn... Du bist jetzt nicht die... Du bist nicht die Brücke. Die Brücke ist das. Ich bin im Norden gewesen. Und ich muss es wohl nicht sagen. Viel Glück. Und bitte, lass dich nicht umbringen. Los. Ich kenne dieses Lied nicht, aber ich hätte gerne den markiert. Ich bin im Norden gewesen. Ich bin im Norden gewesen. Ich habeloeven. Ich werde das nicht reparieren. Habe ich h trumpet richtig? Der lässt sich irgendwie nicht markieren, oder? Auf der Fall ist er nicht mit der Straße. Das war eine Vollständigkeit halber. Okay, die jagen mich, aber ich darf ihn trotzdem fahren. Ach, der Schatz, ey. Ach, der Schatz, ey. Oh! Nicht man dann zufrieden, gleich der Schatz. Oh! 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 Oh, ich habe dich geraten. Oh, ich habe dich geraten. Oh, ich habe dich geraten. Hier gebe ich dir. Oh, ich bin jetzt ein Schatz da. Oh. Oh! Why are you driving with a taxi? 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 Ich hab unsere Stütze angenommen. Was ist das? Das will ich doch hoffen. Hey. AJ, im Namen des goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita. Danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Und dieser Weg führt direkt über Praga-Nin. Ich danke euch. Ja, rauch erstmal. Alles durch hier. Fokus-Spratze Level 2 ist freigeschaltet. Interessiert mich aber kaum. Ich finde es einfacher, den Feind beim Rückzug zu töten. Wenn wir in den Rücken als ins Gesicht schießen. Danke, dass du die Vorratsübergaben erledigst. So, zurück zum Thema. Hier war doch irgendwo Propaganda. Habe ich schon abgelassen. Oh, Longilus hat wieder eine neue Aufgabe für mich. Spitze. Allein nur für seine bekloppten Reden will ich da hin. Yogi und Reggie haben auch wieder Drogenaufgaben für mich. Und hier ist keine Station. Aber wieder ein Adler. Okay, also kommen wir jetzt in diese Region. Das ist schön. Ja, außer mir. Werde für die Umgebung, meine ich. Hier habe ich nichts. Longilus, wo ist Longilus? Longilus. Amita hängt hier. Yogi hängen und Reggie hängen wieder da. Und ich finde Longilus gerade nicht. Da oben ist er. Da. Der hat sich aber schnell eingegliedert da oben. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob... Ich zu Hause was tun kann.